Die ukrainische Luftwaffe hat mit Flugzeugdrohnen zieleweit im Inneren Russlands angegriffen und wohl auch getroffen. Zum Einsatz kamen wohl ferngesteuerte und mit Sprengstoff beladene Cessnas oder große Drohnen, die auch in Alabuga in der Provinz Tartastan einschlugen. In Alabuga traf ein Flugzeug in eine Unterkunft von Arbeitern, die dort Drohnen iranischer Bauart herstellten. Alabuga liegt über 1200 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Offenbar blieben die Flugzeugdrohnen von der Luftabwehr unentdeckt. Eine Maschine soll eine Raffinerie getroffen haben, heißt es auf Ex. Dazu eine Einschätzung von unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner aus Moskau. Den ukrainischen Streitkräften ist heute ein, wie ich finde, erwähnenswerter Schlag gegen Russland gelungen. Eine Drohnenattacke, genauer gesagt eine Kamikaze-Drohnenattacke, auf die russische Teilrepublik Tartastan. Und die liegt ca. 1200 Kilometer vom Kriegsgebiet entfernt. Und den Ukrainern ist es da gelungen, ein kleines Flugzeug umzufunktionieren zu einer Kamikaze-Drohne. Und nicht nur diese große Distanz zurückzulegen von 1200 Kilometern, sondern auch noch die russischen Flugabwehrsysteme auf dem Weg aus der Ukraine nach Tartastan auszutricksen. Und die Drohne ist in der Sonderwirtschaftszone Alabuga eingeschlagen, in einem Wohnheim. Dabei sind mindestens sieben Menschen verletzt worden. Aber jetzt gehen eben russische Kriegsblogger wie das Portal Vienna Chronica, auf Deutsch Kriegskronik, davon aus, dass dieses Wohnheim natürlich nicht das Ziel des ukrainischen Angriffs war, sondern dass die Ukrainer eine russische Kamikaze-Drohnen-Produktionsstätte treffen wollten, die nur einige hundert Meter entfernt liegen soll von diesem Wohnheim, wie das Portal Kriegskronik berichtet. Und dabei handelt es sich wohl um die Produktionsstätte für die russischen Geranien-Kamikaze-Drohnen, besser bekannt unter ihrem ursprünglichen Namen Schahed 136 und die abgespeckte Version, die Schahed 131, also iranische Kamikaze-Drohnen, die in Russland seit geraumer Zeit in Lizenz hergestellt werden. Und dieser Vorfall zeigt, dass die Ukrainer in der Lage sind, russische Ziele weit im rückwärtigen Raum anzugreifen. Und das bedeutet für Russland, dass man hier nachrüsten muss, dass Flugabwehrsysteme abgestellt werden müssen, weit im russischen Kernland, um strategisch wichtige Objekte zu schützen. Und das bedeutet, dass die Produktion dieser Flugabwehrsysteme hochgeschraubt werden muss. Und das ist natürlich ein großer finanzieller Mehraufwand, den Russland betreiben muss, um wichtige Objekte im rückwärtigen Raum besser zu schützen. Und das bedeutet, dass die Produktion dieser Flugabwehrsysteme hochgeschraubt werden muss.